Willkommen, ihr kleinen süßen Glücksbärchen. Ähm, ja, wir öffnen jetzt mal die Kiste. Um zu sehen, was da ist. Da ist die schöne Kiste. Öffnen wir mal die magische Kiste. Und wir haben die elektrische Kettensäge. Ey, die ist so gut, ihr wisst es gar nicht. Ich brauche irgendwas zum Schneiden. Alle Zombies kann ich einfach damit töten. Zu schnell, oder? Aber das werde ich euch gleich zeigen, wenn ich wieder hier bin. Ja, ich bin hier. Ich muss jetzt den ganzen Weg wieder umgehen. Ja, okay. Ey, wir sehen uns gleich wieder. Hm, okay. Willkommen, ihr Glücksbärchens. Jetzt geht die Scheiße los. Ich habe die Säge jetzt geholt. Langen Weg gehabt. Nur für euch. Leckt mich alle. Und jetzt beginnt die Scheiße. Ich wusste das, weil ich bei einem Proboran hier starben bin. Da vorne ist... Da vorne geht es nicht weiter. Habe ich schon getestet. Ich will jetzt einfach nur Leben haben. Gib mir einfach Leben. Okay. Ich hasse diese Gesichter. Die scheinen... Das... Das geht einfach... Ich weiß nicht. Da geht man vor der Aggression von diesem Schrei. Okay. Ähm. Ich würde jetzt mal mit dem Konzern sagen. Wir müssen nach rechts. Was habe ich gesagt? Wir haben keine Map. Ich fühle mich irgendwie ohne Map nackt. Toiletten. Gibt es irgendwo Leben? Irgendwas in den Toiletten muss es geben. Das kann nicht einfach... Eine Toilette sein. In Grusel spielen die Toiletten eine wichtige Funktion. Haben die eine wichtige Funktion. Aber hier irgendwie nicht. Er wollte mich jetzt komplett verarschen, oder was? Kleckt mich einfach hier alle. Aber die Zombies können jetzt mich mal. Wegen meiner Kettensäge. Wollte ich mich jetzt verarschen? Ich habe mir mein Licht angehabt. Wieso haben die mich angegriffen? Ja, komm. Restart Chapter. Schneller. Scheiß. Kackviecher. Wenn die Milch jetzt angreifen, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Achso, so funktioniert das hier. Jetzt werden die Milch nicht angreifen. Wenn ich mich in die Nähe von denen gehe. Letztlich mich. Leckt mich. Ne, Declar. Leckt mich. Ich brauche eine Karte. Das sieht ja mal geil aus. Das sieht ja mal geil aus. Der Spacken hat es noch nicht gehört. Okay. Ja, das kann meinen. Das ist also gut, eine Kettensäge mitzunehmen. Der spart man auch sehr viel Munition. Geht bei den Zombies. Willst du mich jetzt komplett verarschen? Du bist... Warte, hier bekommt man die Karte, glaube ich. Ja, hier. Ach, da. Ja, nehmen wir mal. Ich weiß eigentlich schon den kürzesten Weg, den wir nehmen müssen. Wir müssten hier hin. Hier ist eigentlich egal. Wir müssten hier hin und danach sind wir hier. Hier werde ich auch nicht hingehen, weil... Wenn da nichts für mich ist, dann gehe ich auch nicht hin. Außer Leben oder so, aber... Da ist es sowieso nicht. Okay. Und ich will euch nicht mit unnötigen Sachen auch noch nerven. Okay. Map. Ja, okay. Wir müssten da durch. Das sieht doch mal vielversprechend aus. Ich gehe mal einfach mal durch, weil ich denke mal, hier gibt es irgendwo Leben. Ein Zombie gibt es schon hier. Zombie. Oh, Munition. Er hat sich hinter den Paketen versteckt, würde ich mal sagen. Halt die Fresse. Das war noch ein normaler Zombie. Geil. Shotgun Munition muss immer sein. Okay. Irgendwie nervt mich schon jetzt das Geräusch. Oh, das sind die Viecher. Ich lasse die einfach mal in Ruhe. Ich bin heute einfach mal der Passive. Ich bin in eine ganz verkehrte Richtung gelaufen. Gut gemacht, Gautam. Gut gemacht. Ficken. Das Geile ist, bei dem kann man auch noch richtig geil ausweichen. Open. Ich mag dich auch. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, weiter geht's. Ich habe den Toiletten schon nachgesehen. Es ist da nichts für uns. Diese... Okay. Ich höre Zombie. Ich sehe Zombie. Wir müssen hier hin. Okay, der Weg ist blockiert. Okay. 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 So ist es fein. Okay, wenn ich da durchgehe, komme ich da. Aber will ich ja nicht. Weil mich das irgendwo anders hinführt, wo ich nicht hin will. Ich will auch keine Munition jetzt auch verschwenden. Ich will dieses fucking Game jetzt eigentlich durchhaben. Okay, wir sind richtig hier. Ähm. Ach ja, stimmt. Ich weiß die Lösung von der Tür hier. Und hier ist irgendwo eine Waffe für uns. Eine neue Waffe. Da ist die ja. Die Pumpgun. Oder Maschinengun. So ist das fein. Für die Gegner, die jetzt denen nichts kommen. Mehr kann ich nicht mehr füllen, glaube ich. Okay. Munition haben wir. Gut. Aber ich will auch irgendwie Leben bekommen, wenn es hier gehen würde. Leben. Okay, keins. Es sind zwei Tieren da zur Auswahl. Wir können die nehmen. Okay. Ich glaube, ich nehme mal die Tür, die am nächsten ist. Ich habe einen kürzeren Weg vor mir. Ich habe einen kürzeren Weg vor mir. Ich habe einen kürzeren Weg. Fuck you, Mann. Wie viele waren das? Oh nein. Ich kann jetzt schon sagen, dass ich gleich, dass ich irgendwann abkratzen werde. Wieso zum Teufel waren das so viele? Ich hoffe, ich gucke mal hier rum. Ich gucke mal hier rum. Scheiß. Leben. Bisschen Leben für Go-Time. Bisschen Leben für mich. Ich hätte echt die anderen Türen nehmen sollen. Ja, klar. Ich wollte den kürzeren Weg und das kommt raus. Hm. Leckt mich, Entwickler. Leckt mich. Da geht's weiter. Ich muss nach links aber. Okay, ich habe mich gehört. Warte mal, musste ich in eine andere Richtung gehen? Wenn ich jetzt gerade recht überlege. Okay. Wir sehen uns aber gleich im nächsten Part wieder. Also bis... Gleich.